und es geht weiter da sind wir wieder warte ich muss dich heilen stimmt ja sehr nett und leider ist wieder da oben weg mit dir komm her ich krieg dich nicht er greift er greift schon er greift mich an gib mir mal was okay okay rio kam da und feuerhauch auf dich wir haben keine mehr ja dann lass mich ein bisschen verbrühen dann benutze ich einen ita ja mich würde es freuen wenn die kleine angreifen würde das ist doch nicht wahr okay ich brauche den bonbon und dann am besten irgendwie einen bogen oder so einen bummerang wo wir mit ihm angreifen können jetzt macht er auf dich wieder feuerhauch scheiße das ist doch nicht wahr ich treffe ihn nicht und die kleine macht nichts so geht doch ich gebe mir jetzt auch mal ein bonbon wenn ich fertig verbrüht mache ich das auch mal ja obwohl bonbon bei dir hätte es noch gar nicht gebraucht aber egal los weg 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 was was die kleine lass ich tot ey ich hab jetzt keinen bock auf die ja nee wir brauchen derfall was auf uns ja nein nein beidu nein das ist nicht gut steh auf gut immerhin nicht bewusstlos das zweite heilwasser für dich Dafür haben wir es doch Sandy Super Oh 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 nein Nicht schon wieder Oh warte Das lass ich nicht auf mich setzen Ich hol mir dich Ich hol mir dich Zack Ich mach mit Mach es zum Bogen Oh Feuergras Flammgras Was ist das denn Ich hab ihn nicht getroffen Nein Oh oh Am besten Ein Bonbon für mich Ach so okay Und zwar jetzt noch Da noch Okay unser letztes Bonbon Gut Bevor du uns ganz aufkackst Ja er hat Schon wieder auf mich gesetzt Mach weiter Oh nein Jetzt bin ich schon wieder dran Scheiße Und jetzt diesmal auf dich Das ist sehr schlecht Ähm Los Zuckertafel für dich Danke Ey was Woran läufst du Du dummer Kuh Was soll das Vorsicht Oh nein Ah ich bin bewusstlos Gib mir ähm Eine Tafel Schokolade Oh das ist Tafel Schokolade Okay Wie hast du sie Am besten gib dir danach Selbst auch noch Die vorletzte Ja okay Dann brauche ich meine Waffe Wieder Oder auch mich So damit haben wir uns Vor diesem Angriff Schon mal geschützt Dann müssen wir nur noch Die Weisemann überlegen Ja So meine Waffe Möchte ich auch gern wieder haben Dann nehmen sie die Schnell angraten Weg 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 Scheiße So Nein Weg 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 Ah ich bin bewusstlos Ich auch Nose Los 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 Ein Lebenswasser haben wir noch Jo Und ne eine Tafel Schokolade Haben wir auch noch Oh stimmt Die kannst du haben Danke Okay dann erstmal Dann wieder Waffen wechseln So diesmal griffel ich mir den Bogen Jo griffel du ihn Mit dir Und ich treff nicht Yay wie intelligent Ich treffe mir den Omerang Und du triffst Warum treff ich nicht Aber du Weg Ich kann es einfach Ja Ich bin bewusstlos Das ist schlecht Find ich auch Das Ding muss doch gleich tot sein Schmusekater ist erledigt Nein ist nicht erledigt Noch nicht Noch nicht Das steht da immer nur Ja kurz bevor es wirklich so ist Ja Oh oh Feuer hauch auf mich Los greif ihn an Jo Nein Oder auch nicht Feuer hauch auf dich Nein Nein Scheiße Ja Wir haben ihn erledigt Leute wir haben ihn geschafft Der Schmusekater ist erledigt Beim zweiten Versuch Genau und das ist wirklich gut Das ist eine Glanzleistung Und wir haben noch ein paar Items übrig gehabt Yay Aber es waren welche Immerhin ein paar Items Genau Und wir machen sieg ab Und weiter geht's Ah wir sind geheilt Halleluja Boomerang Orb Kühl So Achso Jetzt Ich gebe meine Waffe erstmal wieder Das mache ich auch Oh verdammt Oder auch nicht Willst du mich töten jetzt Jetzt wo wir es geschafft haben Denkst du dir so Jetzt muss er sterben Ja weg Dann hat nicht geklappt So Da ist Da ist die Tose Rede mit uns Was wollt ihr noch Habt Gnade mit mir Fauntalus hat mich erpresst Ich hatte keine Heilkräuter mehr Also Hat er mir seine angeboten Dafür musste ich für ihn Die Menschen hier verzaubern Aber das ist jetzt vorbei Von nun an bin ich Eine nette alte Dame Wenn ihr nach diesem Hagen sucht Er ist auch In beiden Ruinen In Pandoria Nehmt euch den Inhalt Das Schatztron Ich brauche sie nicht mehr Der Orb Schalter Im Lavatempel Ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber Ausrufzeichen Ich würde euch ja helfen Aber ich habe keine Zauberkraft mehr Dumme Kuh Immerhin wissen wir jetzt Wo unser Herr Kollege Bratwurst ist Jo Peitschü gefunden Los Öffne die Kiste Öffne die Kiste Los, los, los Geht doch 50 GM Öffne die Kiste Ah, der andere Schmusser-Kater Oh, Bug Da ist Ich meint Natürlich Der raffgierige Kater Der raffgierige Kater Wir können uns Erstmal wieder mit Items eindecken Und dann speichern Wir stehen hinterm Kater Und wir decken uns Jetzt mit Items ein Genau Oh Es ist immer noch Ein Grafik Irgendwie Ist der Preis Direkt da drüber Oh Ähm Okay Aber das ist egal So Ein Wasser Jetzt noch ein paar Kräuter Die sind doch sehr nützlich Wie wir ja Heraufgeguckt haben Ich finde Die Frau Hat gerade Total in Schwachsinn gelabert Sie sagt ja Sie hat keine Hallkräuter mehr Warum hat sie sich Einfach keine gekauft Beim Mura Kater Stimmt Hätte sie mal machen sollen Oh wie unlogisch Dieses Spiel doch ist Ja Aber sie wusste Wahrscheinlich nicht Dass er hier ist Nicht wirklich Sie hat ihn zwar eingesperrt Aber sie wusste nicht Dass er da ist Genau So okay Damit ist gespeichert Im Spiel Ich glaube dann Können wir jetzt Tschüss sagen Genau Erstmal Tschüssi Tschüssi Yay Das war Secret of Mana Mit Eurem Rio Khan Und eure Sandy Bis zum nächsten Mal Wiedersehen Ich bin Ja ANG Vielen Dank.